Schade, zu UFOs fällt mir gerade nichts ein. Ich habe hier nur ein Loch im Himmel gerade. Also quasi, wo man mal ahnen könnte, wie schön das wäre, wenn der Himmel auch noch blau wäre. Wenigstens manchmal und streckenweise. Aber heute ist hier mal wieder... Ach Mensch, da ist ja noch eh. Auch relativ blass. Also jetzt nicht das, was den Touristen begeistern würde, sag ich mal. Auch den Anwohnern nicht. Da sind wir also Mitte Juni besser gewöhnt hier. Definitiv. So, das Loch ist auch schon wieder zu. Können wir also knicken. Da ist ja mit UFOs heute schwer was zu sehen hier.